Liebster Jesu, wir sind hier, Deinem Worte nachzuleben. Dieses Kindlein kommt zu Dir, weil Du den Befehl gegeben, dass man sie zu Dir hinführe, denn das Himmelreich ist Ihre. Ja, es schaltet allermeist dieses Wort in unseren Ohren, Wer durch Wasser und durch Geist nicht zuvor ist neu geboren, wird von Dir nicht aufgenommen und in Gottes Reich nicht kommen. Darum eilen wir zu Dir, nimm das Pfand von unseren Armen, tritt mit Deinem Glanz herfür und erzeige Deine Erbarmen, dass es Dein Kind hier auf Erden und im Himmel möge werde. Hirte, nimm das Schäflein an, Haut, mach es zu Deinem Gliede, Himmels Weg, zeig ihm die Bahn, Friede, für sei Du sein Friede. Weint doch, hilf, dass diese Lebe auch im Glauben Dich umgebe. Nun, wir legen an dein Herz, was von Herzen ist gegangen, für dies läuft zerhimmelwert und erfülle das Verlangen. Ja, den Namen, den wir geben, schreib ins Lebensbuch zum Leben. Amen.